Ja, also was uns heute erwartet, ich weiß, es ist nämlich Stimmung pur, als ihr seht, es geht rund, wir sind beim KILG Festzelt, haben auch im Cannstatter Basen, im Stuttgarter Hofbolzelt, und momentan hört ihr auf der Böhne Peter Wackel im Hintergrund, moderiert ihr das Ganze von Jürgen Greifs. Das ist der Hammer hier, der ist mega geil, da sind wir mal ganz große. Okay, vorgedeckt, das dauert noch ein bisschen, aber zunächst noch ein bisschen Stimmung hier. Hallo, er ist so groß, nicht so klein. Wie ist es hier auf dem Basen? Völlig geil. Und die Stimmung hier? Super, super, jedes Jahr gerne wieder. Sehr, sehr. Einfach mal genial. Ein Stimmer. Alles gut. Geil. Du hast mich gerade vorhin noch gefragt, wer das auf der Bühne ist. Ja. Ich weiß es jetzt, Peter Wackel. Okay, jetzt weiß ich es auch, nachdem du es mir gesagt hast. Wie findest du die Stimmung hier? Cool. Super genial. Also, ich kenne das sonst nicht so toll. Okay. Also, heute ist es am besten. Fast wie auf Mallorca halt. Ja, ich komme mir schon vor wie auf Mallorca, es fehlt der Strand in die Palmen. Genau. Aber sonst perfekt. Und jetzt muss ich ganz kurz sagen, wir haben uns erst kürzlich über FaceTime eigentlich geedit. Stimmt, genau. Du hast mich geedit. Genau. Und jetzt treffen wir uns hier live und live haftig. Ja, genau. Wahnsinn. Und ich habe dich angesprochen, weil ich gar nicht wusste, wer du bist. Aber jetzt weiß ich das auch nicht. Genau. Und das ist das Schöne an den neuen Medien. Facebook immer wieder reinschalten, Promi-Geflüste angucken, dann kann nichts schief gehen. Hab ich mir heute angeschaut auf YouTube. Danke. Okay, viel Spaß heute noch. Danke, danke. Jetzt waren wir eben gerade mitten im Volk. Manchmal war es vielleicht auch ein bisschen zu laut. Entschuldigung dafür, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Es ist wirklich Party pur. Und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen in den VIP-Bereich und schauen mal, wer noch von dem Provisor uns über den Weg läuft. Hier geht es rund wie ein Bierkönig in Mallorca und den Klaus McGrubber. Er ist auch aus Reutlingen und letztendlich treffen wir uns hier mal in Stuttgart auf dem Wasen. Wie geht es dir? Ja, Frank, mir geht es gut. Ich glaube, es ist für Bromi-Geflüste. Ich habe schon was Leuten hören. Ganz genau. Ja, ich bin auch Reutlinger. Von dem her, man darf nicht vergessen, wo man herkommt. So ist das los? Kannstatt der Wasen, das ist Pflicht. Klar geht man auch mal auf die Wiesen, ein bisschen fremden Bayern-mäßig, aber gute Stimmung und deswegen sind wir hier. Ich habe ja keinen Tag gesagt, es geht ja eigentlich so wie auf Mallorca. Da fühlst du dich ja eigentlich wieder heim, oder? Ja, ich bin ja einmal die Woche auch in Mallorca und dreht seit Mai dort auf und läuft gut und ich bin zufrieden und dann geht es halt in Deutschland weiter, Ballermann-Partys und ja, alles gut. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns mal in Reutlinge und dann machen wir mal ein bisschen was ausführlicheres. Ja, wie gesagt, haben wir auf jeden Fall. M-Part war ja schon mal, aber dann treffen wir uns mal auf den Kaffee und dann spätzt wir mal. Jawohl, aus Dirlo, viel Spaß heute Abend. Bereit, freut mich. Alles klar, bis dann. Hier ist Stimmung angesagt. Hier ist eine super Stimmung, wie bei jedem Bestseilhammer. Es ist einfach der Hammer. Wo ist denn dein Künstler heute? Mein Künstler ist hier, die G-Blondi. Den habe ich heute mal mitgebracht. Der kann zwar nicht singen, aber macht gute Stimmung. Also ich muss Ihnen ernst sagen, ich bin ja zu Fuß von Frankfurt hierher gekommen heute, um einmal den Jürgen Dreefs lebendig zu sehen. Und bin leider nicht an ihn rangekommen. Ich habe alles versucht. Ich habe heute zum Beispiel extra von Cindy aus Marzahn den Schlüpper angezogen. Habe ich mir von ihr geben lassen. Unterwegs war er sogar, auf meinem Auto sitzt der Bezug, der Stringtanker. Das muss man sich mal überlegen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den dabei habe, dann komme ich an Jürgen dran. Und es war nicht zu machen. Es war wirklich keine Chance. Nicht mal mit so einer Beziehung wie Michael Kessner, der ja sogar Gott kennt. Ja, auch noch lebendig. Also aber tut mir sehr leid. Ich bin auch sehr traurig. Ich muss jetzt hier abbrechen. Das tut mir sehr leid. Genau, danke. Aber trotz allem, wir müssen einfach sagen, der Stringtanker von Cindy hat sogar einen Eingriff. Okay. Und deswegen hat er eben dabei. Also, dann lasst uns weiterhin Munden und Rosik der Gemütlichkeit. Rosik. Ich komme aus New York. Mein Name ist Trevor Jackson. Ich habe ein Bier. In Deutschland hier ist so much sehr gut. Culture, Musik, People. Man muss dazu sagen, er ist ein perfekter Sänger. Deutsche Women, beautiful women. Ich liebe Deutschland. Und Travis, muss ich sagen, du bist ein perfekter Sänger. Ich habe dich am Sonntag erlebt. Und muss sagen, wirklich super toll. Was machst du für Musik genau? Danke schön. Ja, I sing at the Wilhelm Attent. My next show will be in Lubitsburg. If you have time at the Blaue Angle. We come, we have party. I do it all. So, ja, ja. Homepage, wo kann man nachschauen? My homepage www.traveljackson.de. Look me on Facebook. Okay, das finden wir. Travis, viel Spaß noch dir. Danke schön. Ich stelle den Büssegum mit Saigon an. Wir können nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass sie unser sind. Tschau. Stuttgart, die Astrid M5. Ich habe noch mal hier, du bist schon am Aufbrechen, sehe ich das richtig? Ja, ich muss morgen wieder drehen. Ich muss um Viertel nach fünf aufstehen. Aber Stimmung war gut. Hast du dich gut amüsiert? Ja, ich habe mich gut amüsiert. Prima, sehr schön. Dann wünsche ich dir wiederum alles Gute und morgen einen guten, tollen Drehtag. Dankeschön. Tschau. Tschüss. Die neue CD von Jürgen Drews, Schlagerpirat, ab 7. Oktober 2011 im Handel erhältlich. Tschüss. Tschüss.